A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Is sama'un fatarat. Wenn der Himmel sich spaltet. Wiza al kawakibun tasarat. Und wenn die Sterne zerstreut sind. Und wenn die Meere über die Ufer treten. Und wenn die Gräber ausgeräumt werden. Dann wird jede Seele wissen, was sie getan und was sie unterlassen hat. O du Mensch! Was hat dich hinsichtlich deines ehrwürdigen Herrn betört? Der dich erschuf und dich dann ebenmäßig geformt und in einer geraden Gestalt gemacht hat. In solchem Bild, das er immer wollte, hat er dich zusammengesetzt. Seht aber, wie ihr das Gericht leugnet. Und über euch sind wahrlich Hüter. Edle Schreibende, die wissen, was ihr tut. Wahrlich, die Rechtschaffenen werden in der Wonne sein. Und wahrlich, die Unverschämten werden in der Jahim sein. Sie werden dort brennen am Tage des Gerichts. Und sie werden nicht imstande sein, daraus zu entrinnen. Und was lehrt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Und wiederum, was lehrt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? An jenem Tag wird keine Seele etwas für eine andere Seele zu tun vermögen. Und der Befehl an jenem Tage steht einzig Allah zu.